Die waren ja alle so kacke, ne? Also... Ich würde das sogar einfach abbrechen. Das ist mir einfach mittlerweile alles zu hoch. Ich muss ja nicht jedes Spiel zu Ende spielen, oder? Ich meine, was ich natürlich machen könnte, statt die Speziallevel... Oh. Äh, statt die Speziallevel könnte ich natürlich auch die normalen Level machen. Äh, Karte. Ich meine, wir haben ja hier noch einen anderen Planeten und so. Also hier. Die Tempelruine. Herbstwald. Dann kommt da noch ein Level, da noch ein Level, da noch ein Level. Also sechs Level kommen dann noch, plus da unten sieben. Aber das wird ja nicht einfacher, ne? Wollen wir das einfach auf YouTube abbrechen? Also sagen so, Abbruch... Aufgabe. Aufgegeben. Wir haben es jetzt versucht und ich... Ich schaffe ja noch nicht mal mehr ein Level hier. Das ist einfach zu viel Brain Fick. Ich meine, wir können uns das ja mal hier angucken. Wie das hier so ist. Zerbrechlichkeit. Ja, guck mal, ich stepp schon allein. Okay, wir sind... Wir sind anscheinend hier weak. Wenn wir weak sind, dann sind wir anscheinend tödlich. Zerbrechlich oder so. Okay. Aber dann bleibe ich da trotzdem nicht durch. Hä? Ja, brech bitte ab. Das ist too much. Schade zwar, aber... Ne. Also, selbst das Level jetzt hier... Und das ist jetzt ein stinknormales Level. Was muss ich denn jetzt hier machen? Also, ich könnte so machen... Oh. Und dann Skull is you. Ah, jetzt sind die Skulls totgegangen. Und jetzt? Aber man könnte... Warte mal. Was ist, wenn ich gemacht hätte... Skull is weak? Dann kann man sie auch fressen. Und wenn ich sage... Der Stein ist auch zum Fressen da. Ich habe ein Level gemacht. Eine Folge mehr für YouTube. Dann machen wir noch eins. Okay. Okay. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020